Nein! Ich sage nichts wegen dem Klima, nur wegen dieser Hütze im Moment. Klima und Wetter, das sind zwei verschiedene Sachen. Das ist wie Milch- und Fleischwirtschaft. Oder Landi und Jumbo. Oder John Deere und Hurliman. Das verwechseln nur die dummsten Käfer, aber von denen hat es natürlich mehr ausgeschieden. Aber mich fragt man ja nicht. Die Hütze im Moment ist also schon ein Problem. Schaut mal die Maiskulturen. Das wird nicht mehr dieses Jahr. Aber jetzt kommen wir gleich wieder die dummen Käfer, die beim ersten Kälteeinbruch um den Berg gehen. Wo ist jetzt die Klimaerwärmung? Die können dir aber auch nicht sagen, warum es im Moment so mässig heiss ist. Das sind die mit den grössten Klöpfen. Früher ist ja gesagt, die dümmsten Bauern haben die grössten Herdöpfel. Heute muss man sagen, nein, die grössten Klöpfen. Aber nicht alle mit grossen Klöpfen sind Bauern. Aber dumm wie einen grossen Herdöpfel. Ja, das hier ist kein grosser Klöpf. Das ist ein 2,4 Liter Boxenmotor. Wie ein Porsche. Aber mit Zuglast. Und wenn es etwas anhat, wäre gerade Aktion. Frischabhof ohne Quittungen. Das ist die Kälteinbruch. Und das ist die Kälteinbruch. Und das ist den letzten Mal der Schwarzschule.